einen wunderschönen guten abend liebe leute las vegas 2016 mr olympia show wir sind gerade hier in der halle da wo die mr olympia und miss olympia stattfinden wird natürlich kommen in die mitte auch stühle für die kampfrichter für die journalisten und hier wird die hölle los sein morgen geht es richtig rund am freitag ist prejudging und am samstag ist das finale die bühne wird auch noch aufgebaut was neu ist dass die athleten direkt hier unten sind für autogramme und für interviews wir werden gleich runtergehen und versuchen hier und da ein interview zu kriegen und das startet gleich jetzt würde ich sagen